Ein Hallo hier aus der Søymed in Thailand. Hier der Blick Richtung Segenbrut. Hier befinde ich mich im ersten Viertel des Barviertels. So, jetzt gehe ich mal ein Stück da in Richtung Søybukau. Hier befinde ich mich im ersten Viertel des Barmas. Hier befinde ich mich im ersten Viertel des Barmels in Thailand. In der Söymed in Thailand waren wir bei uns im ersten Viertel des Barmels in Thailand. Hier an der Dragon Bar 2 Hier an der Dragon Bar 2